Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Ausforderung und wenn du wissen willst, was du machen musst, dann zeige ich dir das jetzt. Und als erstes nehmen wir uns dazu ein Bel Air, den von 1957 und hier unten links, beziehungsweise unten mittig, da ist das Festival, da porten wir uns mal hin. Und wenn wir da sind, dann gehen wir auch gleich schon in den Foto-Modus. Dann sehen wir, da bin ich gar nicht alleine hier und damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Wenn dir das Ganze geholfen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin erstmal raus und damit sei Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!